Okay, dann machen wir jetzt weiter. Yo. Genau. Ich hab natürlich keine Decke mehr. Ja, ja, ja. So, Luftanhalte. So. Ich hab den jetzt mal rein. Achso. Wir speichern jetzt mal ganz kurz, ich versuch die noch nicht zu entschärfen. Genau deswegen. Da hab ich nämlich gar keinen Bock drauf. Okay, nice. Ähm, gut. Sind keine Minen mehr. Ja. Okay. Hoffen wir mal. Dass wir nicht allzu viele Gegner sind. Ähm. Puh. Ja. Ja, genau. Ähm. Oh, fuck. Oh, fuck. Boah, der ist legendär? Was zur Hölle? Ein legendärer Ghoul Plünderer. Ihr wollt mich doch heute treuen, oder? Boah. Boah. Hör dich doch mal. Jetzt sehe ich immer noch nicht nachgeladen. Ähm... Gut, jetzt muss ich erstmal überlegen. Ich habe leider keine Granaten. Da ich ja so schlau war, habe ich natürlich alle gleich weggepackt. Wow. Jetzt müssen wir mit dem auskommen, was wir haben. Wow, sieben Schuss. Das... Na toll. Oh, ja, wir haben noch nicht mehr weggepackt. Oh, ja, wir haben noch nicht mehr weggepackt. Das ist gut. Das ist gut. Nein! Oh, mein Gott. Oh. 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 Ich meine, das ist jetzt nicht viel ins Lame, aber ich habe keine andere Wahl. Ich bin jetzt auch nicht in der Vorhungs. Ich bin jetzt auch nicht in der Vorhungs. Was ist das? Ja gut, so weit, so gut. Der verpisst sich jetzt ernsthaft dabei. Oh, fuck. Könntest du dich jetzt bitte mal entscheiden? Alter, meine Fresse. Mann, Mann, Mann. Gut. Ich muss erstmal die Radiation wegkriegen. Na, weil du es nicht davon verbrauchen. Ups. Egal. Gut. Jetzt haben wir zumindest die schon mal weg. Entschuldigung runter, aber es ging nicht anders. Entschuldigung. Das geht nicht so. Gut. 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 So machen oder nur R paletieren. Genau. Gut. chill, allocate. gut wir gucken uns hier noch mal schnell um ich bin schon mal froh dass wir es gepackt haben hier wow das war wirklich hart dieser plünderer hat mich auch echt ganz schön einiges gekostet an nerven so wir haben jetzt neue waffen giftmechers jagdgewehr was kann wir das denn machen wir das auf sieben so ein sturmgewehr ganz normale sturmgewehr war das ich mache das mal fünf ich glaube so viel das hat sich schon mal gelohnt schreibmaschine einfach nur mal speichern und raus hier schreibmaschine 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 das scheint auch echt buggy zu sein ich werde mal ganz kurz noch mal in laden man und man das ist das sturmgewehr was wir haben Möchte ich das? Ja, das Laden dauert echt ziemlich lang. Gebrochen! So, komm hier an. Was sollen wir jetzt noch mal... Ihr verarscht mich doch jetzt hier. Was ist denn jetzt noch? Hier bin ich. Zu gut geschützt. Ist zu gut geschützt. Äh, ja, 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 klar. Aber, ähm, irgendwas stimmt hier doch gerade nicht. Ähm... So, um die Mission zu machen, muss ich... Das Ding kann ich nicht hacken. Gut, da muss ich aber erst, ähm, ein Level Up haben. Dann nochmal, ähm, in den Hackerskill reingehen. Das ist, ähm... Wenn jetzt nochmal was explodiert, flipp ich aus. Ups. Warte Sache. Wahrscheinlich geht's dann da rein, oder so. Warte Sache. Wahrscheinlich geht's dann da rein, oder so. So Mutanten. Sag mal, was für eine King kriege ich denn? Hier sind nur... krasse Gegner. Es sind auch relativ viele. Wisst ihr was? Was ist das? Was ist das?